Die hierzu erwerbende Zwei-Zimmer-Wohnung befindet sich in Berlin-Mitte. Das Objekt wurde 1905 erbaut und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Die Wohnfläche der Erdgeschosswohnung liegt bei ca. 49 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 169.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die튼 Laufentbewerb in folgenden Ausstattung 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 Bis zum nächsten Mal.